Das ist nicht so schwer zu erklären. Ich glaube in der ersten Halbzeit am Anfang hat man schon gesehen, dass wir sehr griffig sind, auch gut in die Zweikämpfe. Wir haben nicht so hoch attackiert, aber trotzdem haben wir bei Lasca zugelassen und sind das ein oder andere Mal auch vor das Tor gekommen, was eigentlich ein ausgeglichenes Spiel, was auch in unsere Richtung kippt nicht können. Und dann kriegen wir wieder noch einen Eckball durch eine Standardsituation, wo wir den Zweikampf verlieren, einfach das 1-0. Dasselbe war das 2-0, auch ein Eckball, wo wir den Zweikampf nicht gewinnen und da schenken wir halt die Spiele her. Ich glaube nicht, dass heute auch wieder einiges mehr drin gewesen ist. Natürlich hat uns gefehlt, dass wir konkret noch vorne in die Torchancen an uns herausspielen, aber die Spiele in der Lasca sind immer so, dass sie ein bisschen torchanzarm sind und da muss man vielleicht das erste Tor machen. Und ja, sehr enttäuscht. Es war absolut wenig Konkretes, aber auf beiden Seiten. Man kann mich jetzt auch nicht erinnern, dass der Lasca großartige Torchancen gehabt hat. Wir haben natürlich gewusst, dass wir bei Standards höllisch aufpassen müssen. Das haben wir zusammen gemacht und so haben sie die Oberhand gewonnen. Ich glaube, dass das Spiel an sich nicht schön zu anschauen war, weil der Lasca, wenn sie unter Druck sind, lange Bälle spielen und sehr gut am zweiten Ball gehen. Wir wollten die Ballverluste minimieren, weil sie mit dem Umschalten sehr gut sind. Und von dem her war das Spiel einfach nicht schön anzuschauen. Und wie gesagt, ich glaube, wir haben uns weitestgehend neutralisiert und durch die Standardsituationen, die wir schlecht verteidigt haben, dann in die Scheiße geritten. Sobald es in der Meisterschaft um etwas geht, da muss man dann sein Level erreichen und nicht eine Vorratbeitung spielen, wo es keinen Druck gibt. Ich muss ehrlich sagen, der Trainer stellt uns eigentlich top ein und wir schaffen es noch nicht, das umzusetzen. Aber ja, die Saison ist gerade erst am Anfang, oder sagen wir so, nicht umzusetzen, noch nicht über das ganze Spiel alles umzusetzen. Wie gesagt, am Anfang, die ersten 40 Minuten bis zum Tor, war man eigentlich sehr griffig, gut in den Zweikämpfen, wenn man gesehen, dass man die Mannschaft will. Und natürlich auch die Reaktion von den Fans ist verständlich, wenn man 3 zu 0 hinten ist. Und ja, das Gute ist bei der Doppelrunde, dass wir bald wieder spielen und vielleicht können wir in Europa Cup das ein bisschen gut machen und auch in der Meisterschaft kommen jetzt Gegner, wo man dann Punkte holen muss. Es ist natürlich jeder frustriert und verärgert. Die Fans, wir, das ist ganz normal. Aber am Donnerstag wartet auch wieder ein großes Spiel auf uns. Was heißt, dann die Köpfe aufrichten und dann nach vorne marschieren.